Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von The Walking Dead zusammen mit Let's Groddy! Hallo! Wir gehen instant rein, let's go! Let's go! Oh, ich hoffe, der hat gespeichert! Das wär jetzt gut! Eine Rückblenden Folge! Spiele einfach das aus der letzten Folge nochmal! Ja, nicht ganz so. Jesus, Danny! Was? Du bist nicht so leicht auf dem, sind wir? Nicht nach dem, was sie mit deinem Freund gemacht haben. Du bist zurück! Was ist passiert? Handle das, Mama! Diese toten Augen! Terry? Mein Vater. Ich vermisse ihn jeden Tag. Dann schreie es für alle, warum nicht? Oh, calm down, Prinzessin! Ich mach's mir selbst! Warum kann sie nur armgepisst schauen? Ich weiß nicht. Schwabbeln sieht so aus. Mit ihr alle, hm? Ich mach mal mal drei! Ja! Oh Gott! Hilfe! Und Lee? Don't worry about those bandits! I'm sorry. You've seen more violence than I've thought in your short time. But you all are safe here. Don't worry. Sagst du nichts? Bist du gemutet? Oder kommt dein... Kommt schon wieder nichts durch? Ich bin gemutet. Ich chill einfach. Ah. Das hat uns schon wieder zwei Minuten verschwendet, diese Sequenz. Warum können sie noch so ne Sequenz nicht speichern? Dann müsstest du sie nicht noch mal anschauen. Das ist aber gut. Das ist ja wirklich, wenn du mal länger nicht spielst, dann haben wir ja diesen Rückblick. Das ist doch das Creepy Ding schon wieder, Alter. Slushy ist so ein Creep. Oh Slushy! Daddy hat was für dich! Oh Gott! Das kommt komisch. Sag das nie wie zu. Warum macht die die Tür zu? Warum macht es die Tür zu? Ich bin jetzt doch zugesperrt worden, wer, Alter! Ja, okay. Er macht eine Tür auf und es sind beide offen. Nice. Der einzige Sehwaffe. Okay, go ahead. Was ist mit den Eilen, Alter? Wow. Katja sagt, Mabel könnte ein Baby heute Abend haben. Ach, die Schwage? Von wo? Von was? Was ist das Ding? Daddy hat gesagt, es ist ein Salzlick. Ja, aber nicht lick es. Es ist gross. Hey da, Andy. Ja? Wie geht's der Kuh? Well, besser jetzt, dass wir Doc auf dem Kasten haben. Ähm, wann denkst du, äh, wir können essen? Hungry, eh? Keine Worte. Mama is cooking up some good grubs. Wir haben diese Frau in den Wald. Sie scheint zu wissen, dass du deinen Bruder. Äh, ja, er, äh, er spricht wahrscheinlich ein bisschen mehr, als er sollte. Danke. Ja. Die wissen beide was. Was? Hab ich was verletzt? Nein, nicht wirklich. Hm, es schmeckt lustig hier. Ich mag Manure. Was ist Manure? Duty. Oh, Dacke, Alter. Ha, Kenny, Alter, was hast du noch falsch gemacht? Was ist das Kuh, Clem? Sie ist schön. Ah, nimm deine dämliche Mütze. Ich weiß nicht, ob sie auch noch nicht mehr gesehen haben. Oh, okay. Ich wollte dir, was es sagen. Ich habe es nicht. Du hast es gefunden. Du hast gesehen, was es dir in der Motor End hat? Du hast gesehen, dass du bei einer Motoren, die sie ihn mitgebracht hast? Nein. Warum? Es ist wahrscheinlich nichts. Es ist wahrscheinlich nicht. Es ist mir einfach, ob du siehst, wie sie sehen. Du sagst, dass du siehst. Okay, ich werde. Hey, Lee. Ich entfände Wie die sieht mage aus Die Kuh ist so fett wie deine Mutter Ja ich will raus Türki von alleine zu Hilfe Warum kann ich in jeden einzelnen dieser Stelle reinschauen Warum gehen die Türen alle hintereinander zu Oder hinter mir zugegeben Oder so boxen Okay You found it too huh Lee they're hiding something behind this door I got a quick look They got boxes of stuff Something metal and sharp Don't get paranoid It's my job to be paranoid Lee I got my whole family on this farm right now How about you What about Clem I'll protect her no matter what I know you will Look that guy with Kacha What's his name He locked it up real tight the second we came in I definitely heard a noise back there Lee What My point is we gotta know for sure So go find a hammer or something and I'll have this thing off in a second What You back me up in case them farmers come running Hang on man think this through You smash the lock Then what if it turns out you're wrong You just fucked your chance to get a good meal and those kids you're trying to protect Use your head Kenny All right professor What'd you have in mind Let me have a look at what we're dealing with first Hey Lee You know how to pick a lock right No Why would you say that Well You know Oh Oh You are not saying what I think you're saying Jesus man I'm from Florida Crazy shit just comes out of my mouth sometimes Sorry Hmm What see those screws Instead of breaking the padlock We can just take off the assembly Have a peek inside and then replace it all again Like nothing ever happened All right sounds like you got a plan I'll hang around with the guy with the cow Danny Shit I thought that was Danny Whatever Can I help you boys find something? Just checking out the barn here Never been to a dairy farm before Just don't roam around without me or Danny The farm can be a dangerous place You know the bandits and all Sorry about your friend Hey do me a favor Don't fuck around with this door okay? Just you know Mama gets nervous Andrew I need your help again No problem Right away doc Danny Kenny Kenny Hey guys seriously Don't fuck around with that Come on Enough already Okay Shoot Also die kann ich mir Doch Okay Okay Ja Kenny ist ein kleiner Rassist Haben wir gerade gelernt Schön, schön Das auch nichts Wir warten hier können wir gar nicht reinschauen oder? Doch könnten wir sogar Wo, warum können wir in jedes dieser Dinge reinschauen? Wo ist der Grund? Ich verstehe es nicht. Hey there Andy Yeah You got a screwdriver? For what? Uh, never mind Danny mentioned he needed something Did he say what? Shit, I can't remember now, sorry All right All right All right All right Be right back, Doc Okay, wir wollen einen Schraubenzieher Aber wir kommen jetzt in Okay Let's do this False alarm I'm back Okay Ich will Hallo Ich will ja raus Woher mach ich hier nicht raus? Jetzt Ach, jetzt auf einmal Talk So, wie kann eine Frau wie dich selber das ganze Ort laufen? Oh, ich habe es einfach gut Und ich habe meine Eltern was helfen Ich konnte es ohne sie Oh Mann Schraubenzieher, 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 wo bekommen wir einen Schraubenzieher? Welp, hier wir go. Hello! I'm telling you, Lee, the longer we stay here, the more trouble we're getting ourselves into. And what exactly do you think I'm supposed to do about it? If you want to go in there and start rooting through other people's shit, then get to it. But if it's up to me, we should just take our food and go. What were you and Kenny arguing about when I came back from the camp? He's losing it, Lee. He comes over and starts talking about searching the barn and that these people are hiding something. The way I see it, we just need to skip the dinner and get our food to go. But I'm starting to think your friend over there has another agenda. How do you feel about leaving the motor in? I don't know. If we'd just stayed where we were, then Mark wouldn't have ended up with an arrow in his shoulder. It's been three months. Your dad still treats me like I'm some kind of asshole. Yeah, well, don't expect that to change. That's just how he is. How do you put up with him? Look, my dad can be an ass sometimes, I know that. But he's not a bad guy. He just... he's got a lot of pain. He's been through so much. And lost... pretty much everything. And it's hardened him, you know? Yeah, he's bitter and hateful, but that's all just to protect himself. And me. All he's got left in the world is me. And that goes both ways. So yeah, he's probably gonna keep treating you like crap, but that's just because he still has one thing left to care about. So don't judge him. And don't judge me for sticking by him. He's my dad. And I love him. He's my dad. Now it's also a little bit too long. He's my dad. After what Kenny told me, I'm starting to think they may be trying to hide something. You two are just asking for trouble. But if you insist on wandering around, I'd be careful, Lee. I'm gonna go check things out. Watch yourself, Lee. Well, okay. Schraubenzieher, schraubenzieher, schraubenzieher. Wo bekomme ich einen Schraubenzieher? Irgendwo muss der doch sein. Entschuldigung. Haha, wir haben was sehr Interessantes über Kenny gelernt. Oh, um was? Hinten an der Tür in dem Stall ist ein Schloss. Kenny hat da was gehört und Sachen gesehen, wie er durch den Türspalt schaut und will jetzt rein. Haben wir das angesehen und hat er uns gefragt, ob wir nicht Schloss knacken können. Und er fragt so, warum? Und er sagt, ja, weil du in der Stadt lebst? Natürlich. Und dann wir so, ey, der Kenny, das ist jetzt nicht dein erstes. Er sagt, ja, ich geh in aus Florida. Scheiße, mach mal einfach so aus meiner Runde raus. Ich könnte das ausschalten, ne? Warum könnte ich das ausschalten? Warum solltest du das ausschalten? Wir brauchen einen Schraubenschlüssel. Und ich habe irgendwie gerade nochmal fünf neue Stiche an meinem Arm bekommen. Das brauche ich. Da müssen wir hin. Schraubenzieher, Schraubenzieher. Shit, da ist kein Schraubenzieher. Schraubendreher. Ich würde mich schon sehr bitten. Ah, schön für dich. Okay, das dürfte jetzt funktionieren, oder? Oder brauche ich die wirklichen Schrauben? Ziehe. Dreher. Zieher. Du ziehst die Schraube nicht, du drehst sie. Du ziehst die Schraube an. Du ziehst sie fest, mein Gott. Ja, aber du... Das machst du ja nur in eine Richtung. Drehen tust du sie in beide. Du ziehst sie ja nicht locker. Das ist ein Schraubens... Ich finde es aber schön, wie wir in der Nacht reingegangen sind. Und bin ich rausgekommen, bin bei Tag. Und es ist wieder druckig. Geil. Hey, Andy. Du, dein Bruder braucht dich. Schon wieder. Danny braucht noch etwas. Okay, okay. Beide zurück. Also, er sagt so, wirklich wieder. Okay, wenn es jetzt das nicht wird, glaube ich, haben wir es richtig verkackt. Okay, let's do this. Pause Alarm. I'm back. Ja, doch... Hä? Muss ich irgendwie länger weglocken. Also, es mu... Oder ist es das Multitool nicht? Warte mal. Hey, gerne. Ich habe etwas, das, das, das mit dem Locken helfen könnte. Okay, gut zu hören. Ja. Willst du dich ablenken? Ja, hier. Ich versuche es nicht zu enttäuschen, Andy, aber er ist immer wieder zurückgekommen. Es muss sein, das du mit dem Locken machen kannst, um ihn für ein paar Zeit zu halten. Oh mein Gott, den Ding ausschalten! Was ist mit diesen Generator? Bring uns alle in Gefahr, natürlich. Hey, wenn die da was einsperren, da hinten. Oh mein Gott, was soll schon schief gehen? Oh, es ist Tag! Wir haben zwei Tage geskrippt. Was soll schon passieren, wenn du jetzt den Elektrozaun ausstellst? Die Räuber kommen durch. Die Räuber sind das kleinste Problem, was durchkommen könnte. Die kommen beide durch. Alles kommt durch. Ich bin ziemlich sicher, dass die Walker durchkommen. Alles hier drinnen überrennen. Wir fliehen müssen. Und wir unsere einzige Essensquelle verloren haben. Das ist doch schön, dass wir einen Briefkasten haben. Das hält die Generator und die Generator und die Generator halten die Fenster. Okay, wie kann ich das hier... Wie können wir diesen Zaun hier manipulieren? Ich glaube, hinten kann ich schon gar nichts mehr machen, ne? Indem du jemanden opfasst, auf den Zaun wirfst und ihn damit überletzt... Hey, Danny. Ach, du Scheiße. Alter, ist der verrückt. Okay, ich mag ihn. Ich nicht. Er ist wohl ein verräterisches Stück Scheiße, aber ich mag ihn. Ich mag ihn. Ja, das Abendessen, das lenkt den Ablänger ab. Das kann natürlich sein. Ja, die haben, die flirten da oben schon wieder. Oder flirten jetzt gerade. Was ist der Pies da? Nein. Der Robo schon überschlägt. Okay. Oh, Mark, let's go! Ich glaube, Mark ist gar nicht mehr da oben drin. Du musst mir auf das vertrauen, Lee. Ich habe mir meine Wände geholfen. Ich weiß, worüber ich spreche. Okay, die haben eine versperrte Tür. Wir haben irgendwas da hinten eingesperrt und haben es mit Mark gefüttert. Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, dass wir, ich glaube, dass wir... Ich will eigentlich nicht, aber ich frage jetzt... Okay. Okay. Das hier scheint nicht ganz so sicher zu sein. Nee. Irgendwas ist komplett falsch. An diesem... An allem! Ich glaube, dass die da hinten Menschen kochen. Wir können auf jeden Fall keinen von dem vertrauen. Kein einzigen. Ja, ich habe... Ja, ich habe... Oh, warte, hier ist ein Brett. Kannst du das Multitool, ähm... Generator benutzen? Da ist noch was. Seitdem nicht. Ja, ich habe mich nicht verguckt. Was könnten wir hier noch machen? Am Zaun... Ich glaube, es ist einfach noch ein bisschen im Kreiß. Schlicht für sie das. Am Zaun können wir nichts machen. Hier können wir nichts machen. Kann ich hier. Kann ich noch hier hinten. Irgendwie... Nee... Wait. Es ist nur der erste Zoll. Also das jetzt... Ich hab doch gerade auch... Achso, ne, das ist das... Das war ja da hinten. Dang it. Okay, ich versuch's jetzt einfach nochmal. Okay, warum auch nicht. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir mal checkt, dass wir das jetzt sind. Jedes Mal wieder stehen wir da. Aber wie checkt ihr erst von da drin? Er hört sie, er hört sie. Jetzt würdest du das nicht hören. Gerät. Es bringt alles nichts, wir können hier... Oh, ich weiß wieder, was ich gemacht hab, bevor ich gegangen bin. Er schaut sich die Benzinkanister an. Wo ist Duck? Wo ist... Ah, na, Duck ist drin, Duck ist drin. Ja, Duck ist drin, bei Mark. Er ist auch ganz sicher da drin. Wir können beim... Wir können beim Haus nichts machen? Was wird jetzt mit der Schaukel? Was wird jetzt mit der Schaukel? All fixed. Das should make everyone happy. Er hätte eigentlich nur dann im... In der Scheune... Irgendwas müssen wir in den Scheune machen können. Die Schaukel... Wir werden jetzt mit der Schaukel... Das war es mit der Folge. Lass uns mal ein Like und ein Auge. Schau dir das bei mir vorbei. 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 Bis morgen auch 10 Uhr jetzt weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.